Okay, und da sind wir wieder zu Dark Souls. Ich habe mir in den letzten knapp zwei Wochen ein paar Gedanken gemacht, die wir weitermachen, weil wir festgestellt haben, dass Speere ziemlich für den Arsch sind. Ich würde sagen, wir probieren noch einmal, die Deacons so zu besiegen. Ich glaube nämlich, dass ich die Weapon Art, die wir haben mit dem Speer, vielleicht genau das ist, was wir brauchen, um durch diese Menschenmasse durchzustoßen und unser Ziel angreifen zu können. Und ansonsten müssten wir halt erst mal den Hauptpfad weiter erkunden und dann später hierhin zurückkehren. Oh, das war nicht gut. Das war unnötig. Wir müssen auf jeden Fall noch mal 20.000 Seelen beiseite schaffen, weil wir jetzt doch den Turmschlüssel benötigen werden. Sonst können wir die Patches-Storyline leider nicht triggern, weil wir hier die Sachen halt in der falschen Reihenfolge gemacht haben. Und das würde bedeuten, dass wir auch Siegwert nicht aus dem Brunnen rauskriegen. Und das würde sagen, wir sehen, dass wir jetzt nicht aus dem Brunnen rauskriegen sind. So, let's go! Au! Alter, wie viel Tracking haben die denn bitte auf ihren Nahkampfangriffen? Das ist jetzt blöd, wenn die auf den Fetten landen. Die haben so unnötig viel Gesundheit. So, die blauen waren das. Die heilen. Na, komm, lass mich hinter ihn. Bis zum nächsten Mal. So, der blaue ist nochmal hier. Beziehungsweise, wir können ja jetzt versuchen. Ah, der muss die Weapon Art auch noch ewig aufladen. Das Problem mit dem Fluchball ist, dass wir halt nicht wissen, wann der getriggert wird. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr, ob man ihm ausweichen kann. Ich glaube, der ist eigentlich dafür gemacht, dass du ihm nicht ausweichen kannst. Wobei ich mich dann fragen müsste, wie Dark Souls Hitless Runs funktionieren. Der einzige Weg, den ich bis jetzt gesehen habe, um dem Ding wirklich zu entgehen, ist, wenn man halt dem richtigen Timing in so einer Animation wie dem Backstabs dann drin ist. Wenn man Pech hat, dann ist man halt gerade aus der Animation raus. Au. Und was ich auch gleich mal gucken muss, ist, wo wir das Night Set bekommen, weil ich will nicht die ganze Zeit in den Herold Klamotten rumlaufen. Das ist dann doch nicht an deinem Stil. Okay, das hat einen gehauen. Kann ich den angreifen, wenn er auf dem Boden liegt? Okay, die Weapon Art kann unterbrochen werden, das ist nicht gut. Das macht mir schon ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Ähm, hallo? Wie schnell hätte er denn jetzt bitte den Körper gewechselt? Das ist aber auch nicht normal. Nummer eins. Okay, das hat jetzt aus irgendeinem Mund funktioniert. Warte, dieser Angriff. Kann das sein, dass der ziemlich gut heilt im Moment mit unserem Ring, weil wir so viele Ziele auf einmal treffen? Das könnte funktionieren. Jetzt ist aber schon wieder so ein Blauer hier. Okay, nee, der war einfach nur noch nicht tot. Ich wollte schon sagen, wenn die respawnen, wäre das dezent kacke. Es hieß eigentlich im Wiki, dass die nicht respawnen. Okay, das war einfach nur noch nicht. So, dich kann ich auch backstabben. Jetzt sind schon wieder welche von den Curse Boys nachgespawnt. Das ist nicht gut. Komm schon. Er wird schon mal nicht geheilt. Oh, endlich. Das macht die ganze Geschichte ein bisschen weniger kompliziert. Das heißt, wir müssen doch keine Umwege machen. So, und hier hinter war, glaube ich, die Gruppe, die wir brauchen. Oder nicht? Hä? Habe ich jetzt bekommen? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Key Items. Ja, okay, wir haben. Wir haben, was wir wollten. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, dass wir auf 20.000 Seelen kommen. Weil ich möchte nicht mit 14.000 Seelen rumlaufen. So, pass auf. Du... Was hast du, was musstest du denn Schlüssel eigentlich haben? Genau. Kann ich nicht. Ich kann, ich kann notfalls die Kohlen verkaufen, ne? Ach, die... Okay. Sneakins of the Deep. Warte, was kann ich mit der Seele machen? Wenn es ein Zauber ist, dann würde ich die nämlich behalten. Oh, und wir sehen uns wieder. Wir haben vorhin gesprochen, über die Röder der Sacrifice. Amrith, in der Stora. Ich bin gut, dass ich dich sicher sehen. Wir haben uns auf den Katastell des Deep, aber Aldrich ist ein Koffeln, mit ihm. Der Manniter muss auf den eigenen Haus gehalten. Okay, er redet nicht weiter. Aha, schon. Die Seele vom Kristallweisen können wir bedenkenlos benutzen. Die Frage ist, bringt es mehr, die zu benutzen oder bringt es mehr, die zu verticken? Soul of the Crystal Sage. Mal sehen. Okay, macht keinen Unterschied. Jo. Das passt. Okay, jetzt sind wir ein bisschen drüber, aber das ist nicht schlimm. 20.000 Seelen für diesen Scheißschlüssel, das ist halt auch einfach ein Scam. Ähm, so, wir müssen da rauf. Okay, und er hat natürlich nicht das Gebiet geladen. Das finde ich an Dark Souls 3 tatsächlich ein bisschen... Also, das ist jetzt die einzige Stelle, wo man es wirklich merkt. Aber ich meine, es macht vom Performance-Standpunkt her voll Sinn, aber es ist echt ein bisschen nervig. Es macht Sinn, um die Ladezeit für Feuerbahnschrein kurz zu halten, weil man da regelmäßig hingeht und nicht unbedingt regelmäßig das Gebiet drumherum erforscht. Aber, ja. Sorry, friend. Schönheit im Tod, das... Die Worte werde ich dir im Mund umdrehen. Oh, keine Ahnung. Ich schaue nach Sachen. Durch die letzte Trinkette aus deinem Körper, wird dir einen glücklichen Kunden sehr glücklich machen. Oh, aber... Öffnet sich nicht von dieser Seite. Dabei haben wir den Schlüssel, das ist halt so weird. Aber wo wir schon mal hier sind, will ich halt auch die Sachen haben. Ich habe jetzt immerhin 20.000 für diesen scheiß Schlüssel geblecht. So, gab es hier nicht eine Kristallechse? Ich meine, hier gab es eine Kristallechse. Oh, doch nicht. Irgendwo hier war eine Kristallechse, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß zwar nicht, ob... Ich glaube, die hat zwar nichts Wertvolles für uns. Eure Hütterseele werden wir nicht benötigen. Ich weiß nicht, ob man damit... Ich glaube, damit kann man auch nichts anderes anfangen. Boah, hier ging ja dieser Turm nochmal. Da geht es runter. Okay, ja, hier musste man über die Särge runter. So, wird aber doch Zeit, dass wir den mal töten. Oder eher mich. Holy shit. Okay, das war genug Poise, dass er uns da nicht... Nicht breaken konnte. Das Uchigatana habe ich in meinem ersten Mal, glaube ich, fast ausschließlich verwendet. Ach, hier ist ja sogar noch ein Ding. Ost-West-Schild. Ja gut, das bringt uns nichts. Wir benutzen kein Schild. So, wo bist du? So. Moment. So, das füllen wir auf. Okay, der Angriff bricht sogar durch den Schild durch. Das ist krass. Aber der nimmt mich hier doch ganz schön auseinander. Aber ich habe ihn verletzt. Der blutet. Okay. Nee, er ist vergiftet. Wie kommt das denn zustande? Und er hat kein Estus mehr. Ich aber auch nicht. Warte, hat er jetzt gerade Estus bekommen? Wingspear, warte, ist der gut? Und wir haben die Rüstung von Siegward. Als ob ich die dem abkaufe. So, was kann der Speer? Ist der gut? Wingspear, okay. Gut, der ist abge-upgradet. Hat ein bisschen höheres Stat-Requirements, aber das ist nicht schlimm. Die erfüllen wir. Der hat 155. Der hat 120 ohne Upgrades. Ist ein bisschen schwerer. Aber die Weapon-Art ist eine andere. Weil wenn ich den nehme. Nein. Okay, mit dem stürme ich einfach vorwärts. Müssen wir uns mal mit befassen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir den Standard schwer groß verwenden werden. Im Moment ist der hier einfach besser. Gibt es noch irgendwas, wo wir Seelen brauchen können? Also wir können ihr die Aschen geben. Lloyd's Shield Ring. Ja, das bringt uns nichts. Hatte er irgendwas? Ich glaube, wir können kein Material von ihm kaufen, oder? Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Wäre ja auch zu leicht. Da müssen wir gucken, was wir leveln. Äh, okay. Ich hasse das, mit so vielen Seelen rumlaufen zu müssen. So, aber dann bringen wir einmal unserem Freund die Rüstung. Und dann geht es ab ins obligatorische Sumpf-Level. Moment, ne. Hier. Hier draußen. Sonnen. Anson. Ich bin ja noch ein Sprachger. Vielleicht kann ich da die Reformation für... ... ... ... ... ... ... Ich muss meine Hände benutzen und denken. Oh, meine Armour. Meine tiefsten Fremden. Ich bin der Katarina Solution. Ich bin der Katarina Solution. Mit meinem vertrautlichen Armour, werde ich von hier in einem jiffen. Bis wir uns wieder treffen, Comrade. Ja, ist einfach so cool. Aber wo wir die Seelen gerade umtragen, gucke ich mal schnell, wo wir das Night Set herbekommen. Weil wenn wir es kaufen müssen, haben wir vielleicht jetzt gerade die Gelegenheit. Black Night Set, Ring Night Set, Wolf Night Set. Boah, wie viele Night Sets gibt es? Elite Night. Okay, erst später. Aber wir brauchen irgendwas zum Anziehen. Das geht nicht. Fallen Night. Ich glaube, die Fallen Night könnten wir schon haben. Lothric Night müssen wir farmen. Farmen wir auch noch nicht. Aber dieses Fallen Night Set könnten wir sogar schon besitzen. Fallen Night Armor. Das passt schon ein bisschen mehr zu ihr. Ja. Das hat das'veard. Wir brauchen einen kleinen Tag, Aber, wir brauchen ninguna der anderen Seite. Das hat das also gemacht. Wir brauchen noch nicht. Wir brauchen einen kleinen Tag. Wir brauchen einen kleinen Tag. Wir brauchen einen kleinen Tag. Gab die, die Gabel gab auch irgendeinen Ring, ich glaube den Reed Ring, ne, den haben wir sogar schon. Aber irgendwas gab die. FP von Critical Attacks, das könnte nützlich sein, wenn wir die Weapon Arts mehr verwenden wollen. Warte, sie ignoriert das. Okay, jetzt gräbt sie sich ein. Kann ich sie irgendwie zwingen, wieder hervorzukommen? Warte, ich werde invaded. Aber es ist ein NPC. Ich bin im Offline-Modus. Hier kommt kein Mensch rein. Aber weg von der Krabbe. Wo ist der Dude? Hallo? Da. Okay, er hat seine Waffe auf jeden Fall mit Magie gebufft. Boah, der Angriff ist gut. Der ist, glaube ich, den kann man, glaube ich, echt nicht blocken. Danke. Aber sein Estus ist leer. Aber sein Estus ist leer. Nicht übel. Mensch, das hat er sogar richtig Estus zurückgegeben. Ich glaube, zwei normale und einmal Aschen-Estus. So, zum Beispiel weiß ich, dass hier ein Bonfire ist. So, erwarte nun nicht mehr, dass ich den Ring, äh, nicht, äh, den Ring, dass ich den Weg noch auswendig weiß. Aber wir müssen hier sowieso ein bisschen erkunden. Aber wir müssen mindestens eine der Schriftrollen für Zauber finden, damit uns der Zauberer, den wir beim letzten Mal so ewig lange gesucht haben, nicht wieder verlässt. Eisenhaut. Das findet uns nicht so viel. Okay, der Speer ist hier auch hilfreich, weil wir kriegen gar nicht so viel von dem Gift ab. Und dadurch, dass wir die Basilisken töten, heilen wir uns dann wieder ein bisschen. Moosfrucht. Wie viele von diesen scheiß Viechern sind eigentlich hier. Wo är das? Äh. da geht's rauf da muss es irgendwie rauf gehen nicht der schon wieder nicht hier wird er wenigstens auch er wird auch beeinflusst kann ich meine weapon art hier einsetzen ja das geht aber er wird nicht vergiftet von dem sumpf ja klar heil dich doch hier kann ich mich nochmal bewegen hier 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 so du gibst jetzt auch dieses mal so viel estus wieder weil wir haben jetzt gerade den großteil unseres estus an diesen typen verloren naja 2 und 1 große seele kann man da rauf ich glaube er muss doch von der anderen seite oder ich glaube das ist das gebäude in der mitte mit dem aufzug da hilft uns der riese dieses gebiet ist halt leider so unübersichtlich ich glaube ich kenne auch niemand wird auch niemanden finden der sagt dass dieses gebiet sein lieblingsgebiet titanitsplitter nameless night okay das könnte auch ganz gut passen da drüben kommt mir bekannt vor so die estus suppe lassen wir mal links liegen da sind die vier ich glaube da könnte ein bonfire sein jetzt mit 15.000 seelen zu verrecken war auch nicht so cool wo w ich so w w w w w w w w w Das war's. Okay, ich will auf die Brücke und dann nutzen wir einen Heimkar-Knochen. Was ist da drüben? Okay, ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Nee, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. So, einmal leveln, beziehungsweise ich glaube, ich kann sogar zweimal leveln. Das haut noch gut rein. Attunement bringt uns im Moment nicht so viel. Endurance wäre vielleicht mal ganz gut. Nix hilft aber auch. Ach, das ist einfach alles so. So, auf jeden Fall Intelligenz 15, damit wir Great Magic Weapon nutzen können. Und dann gehen wir auf Endurance. Wir gehen einmal kurz hier da. Hier auch genau der Ort, wo wir vorhin waren. Haben wir den Kreis schon einmal komplett umrundet? Warte, was? Ich wollte schon sagen. Hier finden wir auf einmal so viele Titanitsplitter. Wir haben uns bisher ja dumm und dämlich gesucht. Au. Ist hier irgendwo die Leiter? Ich werde sie erkennen, wenn ich sie sehe, weil um die Leiter herum auf jeden Fall auch ganz viele von diesen Schneckenviechern sind. Also die Viecher hier. Estus-Splitter, das ist nicht übel. Ich glaube, das ist jetzt gefühlt so, dass im Moment jetzt das erste Gebiet, wo es sich lohnt zu erkunden, weil hier einfach relativ viel an Sachen zu finden ist. Ob es jetzt Crafting Material ist oder halt die Schriftrollen für die Zauber. Ich weiß, dass hier auch nochmal so ein Upgrade für Estus zu finden ist, dass das mehr heilt. Warte, warum sage ich eigentlich Schnecken? Das sieht mehr nach Blutegeln aus. Das ist ja im Moment. Das geht nicht genau. Ich bin gespannt. Da Achtung. torque halb Jessosko. Lass mich Choose. Ich bin halt zu bö bạn. S bị du cotasc классisch ebenst. Mal�로 ab lately. Warte. Ich bin gut hierbei. Warte, alles nochmal raus. Los Tomas. Chespierre. Hol das ist richtig schön hier. Okay, der Angriff ist einfach auch durch mich durchgegangen. Au. Man kann das aber auch leider nicht canceln mit der Weapon Art. Also wenn ich da einmal drinnen stecke, ist es vorbei. Wenn ich die Weapon Art mehr einsetzen möchte, brauche ich auch noch mal irgendwie mehr, entweder mehr Asch-Estos oder irgendeine andere Möglichkeit, um Save Points wieder zu gewinnen. Okay, eine Kohle. Ja, ich glaube, hier gibt es sogar zwei Kohlen, die man finden kann. Au. Au. Ich dachte für den Moment, ich wäre in seinem Grab-Angriff drin. Klar, verfehl doch. Jetzt bin ich in seinem Grab-Angriff drin. Komm, die sind doch nicht so schwer. Und ich habe keinen Estus. Seit wann sind die so krass? Oder lag das da? Gut, war ich wahrscheinlich daran, dass ich normalerweise halt auch ein Schild verwende. Und es gibt halt sehr viele Angriffe, wo es sich einfach mehr lohnt, zu blocken, als ausweichen zu wollen. Boom. Alter, 2750. Seit wann geben die so viel? Oder ist das nur der? Ich meine, ich hätte die Viecher auch mal gefarmt, aber nicht für die Seelen. Oder? Was? Für die Seelen? Es gab hier eine Stelle, wo man farmen konnte. Wo ist das? Da ist meine Blutlache. Aber ich lasse den jetzt einfach mal in Ruhe. Okay, soviel zum Thema. Ich lasse ihn einfach in Ruhe. Warte, ist da ein Item. Ja, aber ich glaube, das war nicht so wichtig. Nicht so, dass ich mich mit den zwei Viechern anlege. Okay, ich glaube, der ist ein bisschen normaler. Ich würde schon sagen, der, ja, der hat auch, der gibt auch weniger Seelen. Der ist nicht so krass. Lieder, Moos. Ich sehe halt gar keinen Sinn darin, Gift heilen zu wollen. Der ist einfach so wenig Damage macht. Hi, Evil. Leute, ich... Ich muss dann jedes Mal eure Anfragen refunden. So, und hier die Geschichte mit den Türmen ist an sich ja cool. Es wäre nur noch cooler, wenn halt... Wenn halt die ganzen Bäume, also die ganzen Baumkronen nicht verhindern würden, dass man die Türme sieht. Da hätte man vielleicht sogar einen Orientierungspunkt in diesem Sumpf. Und wo ging es hier hin? Als ob hier nichts ist. Nein. Da hat man. Nein. 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 Nehmen Sie hier. Nein. Nein. Auf geht's. Nein. Nein. Du kommst weg, dann aktivieren wir das Lagerfeuer und dann haben wir auch wieder ein Fast Travel Point hier. Ich glaube, hier sind wir auch ganz in der Nähe von dem Aufzug, oder von der Leiter, die ich meinte. Aber wir gehen einmal kurz leveln und wir können bei der Gelegenheit auch unser Estos upgraden. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Willkommen nach Hause, sprich dein Herz. Verri, dann überrasch dich. Aschen One, das ist... ...much wie was in mir liegt. Dann lass es sein eigenes Platz finden, in meinem Bosnum. Sie wird verstehen. Wir sind beide Feuerkeepern, nach allem. Entschuldigung, Freundin. So... So... ...gibst mir... Oh, wir können hier auch noch die Kohle geben. Hm? ... 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 Hier ist die Leiter, die ich meinte. So, ich weiß, dass es hier auf jeden Fall ein paar wichtige Sachen gibt. So, der einzige Punkt, wo man wirklich das gesamte Gebiet überblickt kann, ist halt hier oben, aber ich glaube, das ist auch nicht so hilfreich. Aber hier gibt es ein paar wertvolle Sachen. Aber stimmt, ich weiß gar nicht, wo der Shortcut ist zu dem, äh, wieder zur Straße, weil da sind auch ein paar Sachen. Aber der Shortcut an sich ist halt total sinnlos, weil, ja, wir können von Anfang an zwischen allen Lagerfeuern teleportieren. Das hat seine Vorteile, aber ich denke mir, auf der anderen Seite wäre es vielleicht besser, wenn das mit dem Lagerfeuer-Teleportationsding vielleicht doch besser wieder ein Privileg wäre, was man sich ein bisschen erspielen muss und nicht etwas, was man von Anfang an kann. Mhm. So, eine Kohle, eine Axt. Noch eine Kohle, aber hier gab es auch Sachen. Ich erinnere mich. Aber hier geht Wimper immerhin, wenn er bestimmte Crafting-Materialien braucht. Ich glaube, da musste man runter, ne? Da drüben, wo die, wo die Lücke in der Zinne ist. Ja, genau, ich erinnere mich. Genau, wie hier ganz viele Kristall-Echsen sind. Oh, ja, richtig viele von den Viechern. Hier ist nichts. Da kommen wir wieder zurück. Warte, macht unser Speer echt Vergiftung? Bro, hör auf. Ja klar, verfehl einfach. Als ob mich einfach so ein paar ganz normale Holos hier fertig machen. Lightning Speer bringt uns nichts. Dragon Crest Shield. Okay, und du hast dich gerade aufgelöst. Warte, funktioniert das hier in dem Game auch, wenn wir einfach speichern und neu laden? Und dann kannst du jetzt eins gegen das. Ja, es geht, aber ich glaube, alle anderen spawnen auch nach, oder? Weil das alle Feindpositionen irgendwie resettet. Und jetzt kommen wir jetzt still zusammen. Und ich habe die Welt. So, wir ziehen uns nochmal gerade um. Ich möchte mal gucken, ob das, äh, ja, ich glaube, das passt schon wesentlich eher. Das sieht nicht ganz so billow aus. So, wir upgraden das einmal. So, können wir leveln? Ich glaube nicht, oder? Ne, wir müssen eine Seele gerade mal opfern. Wir kriegen nochmal relativ viel Gesundheit aus den Leveln raus. Das sollten wir nutzen. So, da hast du jetzt irgendwas in Live-Ring. Aber jetzt nichts, was unmittelbar hilfreich für uns wäre. Okay, er hat auch ein paar Sachen. Wobei, gerade kann ich ihn nochmal losschicken. Okay, ne, weil ich wahrscheinlich das Gebiet noch gar nicht entdeckt habe, wo er hin will. Ich glaube, die Seele von dem Dämon bringt uns nichts. Ich glaube, genau, das ist, glaube ich, ne, Pyromancy bringt uns nichts. Stray Demon. Stray Demon. Havel's Ring. Ja gut, das ist unter Umständen... Sollten wir uns mal merken. Aber der ist nicht mehr so gut. Die Angst hat es eins, weil der ja richtig bastelt. Aber jetzt hier, ich glaube, der macht 10 oder 15 Prozent. Moment, wir machen nochmal vom ersten Bonfire. Ich will nochmal gucken, ob ich vielleicht den Shortcut finde. Aber vor allem möchte ich halt dann auch... ...mich von hier aus nochmal vorarbeiten. Weil wir das erste Mal den Weg gegangen sind, sind wir schon, glaube ich, an ein oder sogar zwei von den Feuerstellen vorbei. Okay, never mind. Wir gehen direkt hier lang. Die eine Schriftrolle soll auch irgendwie hier in der Ecke sein. Das reicht mir erstmal, wenn ich die eine finde. Dass unser Zaubererfreund zufrieden ist und uns nicht verlässt, der wir zu viele Bosse legen. So, komme ich hier auch irgendwie weg? Hier geht's rauf. Genau, hier ist auch eins von den Dingern. Das haben wir vorhin ignoriert. Okay, du bist wieder so ein Dude. Au. Aber das liegt auch schon mal besser. Einkehrknochen können wir immer brauchen. Und da ist auch schon mal besser. 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 Das war's für heute. Ist, ist, bin ich überhaupt in Gefahr? Ich weiß nicht mehr, wie der Statuseffekt in Dark Souls 3 funktionierte. Stimmt, wir könnten auch unseren Zauberstab upgraden, wo wir schon unsere normale Waffe nicht upgraden wollen im Moment. Das war's für heute. Da, ich glaub die Höhle ist die, die beschrieben war. Golden Scroll, sehr gut. Das heißt, wir haben schon mal ein Ziel erreicht. So, wo kommen wir jetzt von hier aus hin? Ah, okay, das ist der Tor. Das ist die Ecke. Hier ist die Leiter. Was ist da oben? Hier ist nur die Estus-Suppe. Nein, da möchte ich nicht durch. Nicht hier in dem Gebiet. Da ist noch ein Item. Okay, es ist, glaub ich, sogar nur noch ein... Ja, es ist nur ein Turm. Es sind drei. Ich hatte im Kopf, dass es vier sind. Ich hatte im Kopf, dass es vier, wenn es vier, 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 vier. So, was war jetzt? Da war die Krabbe. Da bekommen wir auch Hilfe. Au. Au. Okay, wir haben direkt sogar beide Rollen gefunden. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch diesen letzten Turm finden. Ähm, wo ist unser Riesen-Bro? Oh, der uns hilft. Ja, das Vieh hat zu viel Reichweite. Vergiss es. Nicht, weil wir so wenig Bewegungsfreiheit hier haben. Können wir von hier aus? Nein, wir können von hier aus nicht. Nicht. Super. 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 So, wir upgraden einmal unseren Zauberstopp. Warte, der hat A-Scaling auf, äh, ist der besser? Das sind so Sachen, die muss ich jetzt nachgucken, weil von sowas habe ich keine Ahnung. Okay, es gibt einen Calculator dafür. Okay, es gibt einen Calculator dafür. Okay. Wir gehen jetzt mal von 15 Int aus. Okay. Ich bin jetzt mal von 15 Int aus. Okay. Wir gehen jetzt mal von 15 Int aus. Heretic Staff, warte, wenn wir auf 16 Int gehen. Ja, okay, die ganzen Werte bringen mir halt an nichts. Okay, jetzt wird auf irgendwelche Dinger verlinkt, die nicht mehr existieren. Vielen Dank. ein bisschen schwerer Spellbuff ist für den Arsch. Ganz ehrlich, Crafting Material ist am Ende irgendwann auch nicht mehr so eine Sache. Wo ist es jetzt? Halt erlässt es hier, ich suche mich hier dumm und dämlich und es geht auch auf A-Scaling an. Halt erlässt es? Halt erlässt es? Halt erlässt es? So, jetzt haben wir nämlich ne Great Magic Weapon müssen wir finden, aber Hidden Body. Spook? Spook wäre ja, Spook ist definitiv was. Wir wollen Fallschaden verhindern und uns anschleichen. Pestilent Mist ist okay, das erfordert 30. Sich unsichtbar machen ist eigentlich nicht so ihr Ding, aber... Ich muss mal gucken ob Heavy oder Great Soul Arrow besser ist. Aber da wir im Moment Magic Weapon nicht verwenden, können wir ja das mal durch Spook austauschen. So, wo ist dieser Shortcut von... Das weiß ich nämlich halt wirklich nicht mehr. Oder ist der erst... Kann es dann, dass der erst kommt, wenn man... Wenn man über diese Tür... Wenn man über diese Tür sieht, dann kann man das nicht mehr so ein bisschen schlafen. Und dann kann man das nicht mehr so ein bisschen schlafen. Und dann kann man das nicht mehr so ein bisschen schlafen. Und dann kann man das nicht mehr so ein bisschen schlafen. Okay, ich stelle fest, das Internet hat sich gerade abgeabschiedet. Hallo, Board Leute. Okay, ich stelle gerade fest, dass sich die Fritzbox entweder selber abgeschaltet hat, sich gerade neu startet. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Ich bin mal gespannt, ob Twitch den Stream dann auch automatisch wieder aufnimmt. Okay, da musste ich einmal den Stream neu starten. Und wie es sich herausgestellt hat, war mein Freund schuld. Weil das Telefon noch einen Update gefragt hat. Und das dann wohl hieß, dass sich mal eben die Fritzbox updaten musste. Und sich danach natürlich auch erstmal neu ins Internet einwählen muss. Okay, der Shortcut ist da, wo der Boss ist. Das ergibt Sinn. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo der letzte... Das letzte Ding ist. Der letzte von diesen Scheißtürnen. Das ist mir gerade zu riskant. Und wir probieren es mal gerade nochmal vom ersten Bonfire aus. Also warte, wir können auch geradeaus, oder? Also warte, wir können auch geradeaus, oder? Wir können nur links und rechts können, aber man kann ja auch geradeaus. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Wobei mir die Typen nicht bekannt vorkommen. Wobei mir die Typen nicht bekannt vorkommen. Ne, hier waren wir schon. Oh. 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 Oben rauf. Hier ist wieder die Höhle. 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 Wehe, die stoßen mich jetzt runter. Hier ist wieder die Höhle. In der Richtung. Also ja, da lang. Hier ist wieder die Höhle. Okay, ja, wir machen jetzt auch mehr Damage. Hier ist wieder die Höhle. Hier ist wieder die Höhle. Ja. Ja, ich höre. Hier ist wieder die Höhle. Moment, hat er was gedruckt? Nein. Hier ist wieder die Höhle. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das da drüben sieht richtig aus. Okay, das Vieh glänzt nur, ne? Das sieht irgendwie so aus, als wäre er ein Item, aber es glänzt einfach nur im Licht. So, ich bin lautlos. Okay, die wachen alle auf. Gar kein Bock. So, ihr kämpft da drüben. Mir ist das aber erstmal egal. Ich will erstmal noch hier das alles regeln. So, ich bin lautlos. Natürlich nice, wenn man dadurch dann Sneak Attack reinkriegt und das Mana, was man in Spook investiert hat, direkt wieder zurückbekommt. So, Kristallexte. Die wird wichtig. Aber du hast mehr Rüstung als die letzte. Okay, nee. Du warst einfach nur noch zusammengerollt. Aber gefühlt nimmst du weniger Schaden pro Angriff. What? Ähm, bitte jetzt nicht da durchglitschen. Ich wollte schon sagen. Okay, Flawless Victory. Great Magic Weapon. Sage ich nicht Nein zu. Und dann sind wir hier. Hier. Okay, ein Schwarzer Ritter. Bye. Hahaha. Okay, er preußt sich einfach durch meinen Shieldbreaker durch. Aber der Angriff ist gut als Follow-up, wenn man so einen Angriff gemacht hat. Was droppst du? Nichts. Bisschen enttäuschend. Oh ja, die overpoweredste Waffe im Spiel. Oh ja. Oh ja. Hier gab es auch noch irgendein Item, glaube ich, einen Ring oder so. Okay, aber hier kam ich schon vorher hin. Okay, dann ist hier nichts mehr. Wir können leveln und wir können unseren Speer upgraden. Ich habe das Gefühl, dass... Da ist das nicht so... Ja, wobei, wir brauchen langsam einen dritten Slot. Aber Moment, gibt da doch Vega noch so viel. Moment, ich wollte noch die Waffe upgraden. Das war's gut, das sind immerhin mal 27 Damage noch dazu. So. Okay, be careful. Oh, okay. Oh, okay. genau geht mal dahin und dann erzählt ihr die bitte ab ich gucke mich in der zwischenzeit mal hier um ok deiner bemerkt dass ich hier bin es 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 Okay, ich dachte, er hätte was getroppt, aber es waren nur die Haare. Okay, ich dachte, ich dachte, ich bin die Haare. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wann wacht Nummer 3 auf? Da ist Nummer 3. Wenn er mich einmal trifft, hat er eigentlich immer eine Garantie, dass er mich nochmal trifft. So, wann er mich nochmal trifft? Natürlich. Von 2 Dritteln auf 0. Okay. 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 So. So, die Seelen nehmen wir auch mal gerade mit zurück. Sind die Abyss-Watchers anfällig? Für Magie. Nein, aber sie sind auch nicht resistent dagegen. Es könnte funktionieren. Aber jetzt haben wir gar keine Titaninsplitter mehr, ne? Einen brauchen wir noch. Können wir die inzwischen kaufen? Ja. Wir brauchen ja noch vier von denen. Oh, ist das teuer. Also, wenn wir jetzt vergleichen. Der macht es ungefähr 160. Der macht es ungefähr 192. Aber den hier können wir buffen. Wenn wir jetzt sagen, wir tauschen Spook aus gegen Great Magic Weapon, dann könnte das funktionieren. Vielleicht können wir noch mit den Ringen ein bisschen spielen. Weil der, das dem bringt uns nicht so wirklich viel. Astor-Zring. Ja, das ist eigentlich immer ganz nützlich. Ne, das war auch knapper, als ich wollte. Es macht einfach null Unterschied. Wir können versuchen, auf Backstabs zu gehen. Nein, aber... Nee, worthless. Also Backstabs vielleicht, aber der Speer bringt nichts. Das war schon nicht. Ich kpod starb, weil mich nicht noch über mit den Ringen herzustellen. Okay. Das war's für heute. Okay, das war der Falsche. Das war's für heute. Okay, sie kämpfen wieder gegeneinander. Ich bin in die Animation noch rein. Na los, kämpf gegeneinander. Okay. 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 Oof. Ja, der Kampf ist schon nice, aber ich habe das Gefühl, dass seine Kombos, wenn er in der zweiten Phase ist, vorhersehbarer werden und er auch irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist nicht so, dass ein Treffer halt direkt eine komplette Kombo garantiert. Ich habe auch das Gefühl, seine Angriffe waren schwächer zum Teil. Wer bist du nochmal? Ach, der Typ. Ich habe mich schon gewundert. Stimmt, der kommt auch hierhin. Ich habe mich schon geworfen, um zu sehen, wie sie geht. Jetzt, was du mit diesem Zirkus spielst du? Das Zirkus spielst du, der alten Volk und Degeneraten. Könnte nicht besser sein. So, können wir irgendeine coole Waffe nicht, aber vielleicht irgendeinen hilfreichen Zauber machen aus dem... Okay, das sind die... Nee, Blood of the Wolf. Ja, die beiden, die bringen uns nichts. Ich denke, da die Seele kann man getrost opfern. Die Asche platziere ich vielleicht schon mal. So, zwei Level können wir machen. Ausdauer ist halt viel zu wenig eigentlich. Wir brauchen eigentlich alles noch. Zeigt der im Stats-Screen, das... Nee. Okay, da nimmt er die Ember nicht mit rein. Sehr gut. Ich glaube, hier können wir schon, oder? Ne, ich glaube, hier können wir nicht skippen, weil selbst der Zauber uns da nicht schützt. Wir kriegen keine Seelen, das heißt, das Vieh steht gleich wieder auf. Anscheinend sogar ziemlich schnell. Ah, die stehen ja alle wieder auf. Hallo. Das war uncool. Aber das gibt uns nämlich direkt hier. Wenn der jetzt wiederkommt, müsste er hier kaputt gehen. Oder musste man erst das Ding runter machen? Konnte man das überhaupt? Oder musste man, ne, ich glaube, ihn musste man töten, weil er das Vieh heilt. Also den Ball. Okay. 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 Ja, jetzt hat es funktioniert. Okay, ich dachte, es reicht schon, wenn der weggeht. So, und wo der Knochenschwitter? Aber wir erkunden ein bisschen gründlicher. Wir brauchen Upgrade-Material und solche Geschichten. So, und immerhin 800 Seelen wert. Nochmal zwei. All right. Okay. Okay, das ist hier. Irgendwie flackern hier im Moment die Umgebungsgrafiken. Moment, wir sind mal ganz leise. Okay, wir haben ihn. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich würde sagen, hier ging es doch durch. Okay, das Ding. Bringt uns nichts, aber haben ist besser als nicht haben. Okay, diesmal konnte ich ihn töten, aber ich habe doch nie mal... Also ich verstehe noch nicht ganz, wie die Regeln hier sind mit den Skeletten, wann die aufstehen und wann nicht. Oder können die alle einfach nur einmal aufstehen? Okay. 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 Vielen Dank. Und das Teil steht auf dem, auf einer Druckplatte. Was machte der Ring? Obscures Rolling. Ich glaube, das bringt mir nicht so viel. Da ist wieder eine Trap gewesen. Natürlich. Ah, ich glaube, der hat auch dieses Ding, diesen Ring, den ich gerade gefunden habe. Wow. Okay. Oh, gut. Okay. 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 So. Okay. Okay, da kommen wir glaube ich nicht drüber. Okay, jetzt werden wir mit Titanichwettern zugeworfen. Ich meine, was nett ist, falls wir nochmal neue Waffen upgraden wollen. Ja, ich glaube, die Viecher droppen die sogar garantiert. Eine Amber. Okay, was war da unten? Ah, okay, Lagerfeuer, sehr gut. Ah, ich erinnere mich, wo wir sind. Hier habe ich so lange farmen müssen, als ich meinen ersten Run gemacht habe und alle Achievements haben wollte. Weil die Gegner hier auch was für die Covenants droppen. Der Covenant-Grind in Dark Souls ist immer so schlimm. Und vor allem, ich finde, die Belohnungen sind auch fast nie was wert. Ah, okay, hier. Da hätten wir auch schon rein droppen können. Slimes sind auch die... Habe ich erwähnt, dass Slimes absolut schlimm sind? Einfach, weil es langweilig ist, gegen sie zu kämpfen? Ich glaube, das habe ich gesagt, als wir in der Kathedrale waren. Untertitelung des ZDF, 2020 So, sei bitte worth, warte, hier ist ein Slime Ich sehe den Slime und lasse mich dann von dem hier fressen, ist klar Und wir schild, ich glaube der ist sogar relativ selten, der Drop, oder? So, wir könnten theoretisch hier schon durch, aber das Tor müssen wir jetzt aufmachen Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist den einen Knochensplitter zu verbrennen Weil ich glaube, wir waren seitdem noch nicht im Dings Okay, ich glaube der hat einfach das Fume Knight Ultra Great Sword Aber wir sind jetzt sehr schön schwerfällig Dafür haut er aber auch gut rein, wenn er trifft Brauchst du irgendwas Sinnvolles? Knight Slayer Ring Warte, was macht der? Gegner verlieren mehr Ausdauer Warte, Gegner verlieren mehr Ausdauer Das ist aber wahrscheinlich unnutzlos gegen NPCs, oder? Ja, soviel ich weiß, haben Gegner in keinem Dark Souls Spiel wirklich Ausdauer Das geht, bringt nur was in PvP Und dann geht es mir Okay Okay Hier sind einfach so viele Pfade. Aber hier können wir vielleicht die eine, seine Tor öffnen. Ähm. What? Okay. Ich habe die arme Kristallex einfach gerade durch Paralleluniversen geschossen. So, wir machen schon mal den Shortcut auf. Wir tragen jetzt einfach gerade so viele Seelen mit uns rum, dass das nicht gut ist. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Ich habe das nicht gut. Ich habe das nicht gut. Ich habe das nicht gut. Okay, das passte sogar ziemlich genau. Dann verbrennen wir noch die Asche. Nicht die Asche, ähm... Den Knochensplitter! Die Asche. Das war uncool, also nicht so uncool, es war auch unklug. So, hier ging es wohin hoch. Wo war es? Hier. Wo war es? Wo war es? Oww. Das Problem. Das sehen wir nochmal. Das sehen wir nochmal. Das sehen wir nochmal. Okay, Asche, sehr gut. Aber er steht wieder auf. Das sehen wir nochmal. Das sehen wir nochmal. Okay, du bist direkt tot. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Wow, das brachte ja total viel. Warte, jetzt geht er kaputt. Aber er gibt es keinen Knochenstab. Nee, er gibt nur einen... Wo kommst du her? Seit wann ist die Krabbe hier? Ja, das ist ja... Okay, das ist ja... Okay, das ist ja... Okay, das ist ja... Okay, das ist ja... Okay... Okay... What? Müsste sie nicht hier sein? Oder er? Okay, das ist ja... Alles klar, wir haben sie verpasst. Das müssen wir nachholen. Okay... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und Tschüss! Und Tschüss! Und Tschüss! So, wo ist der Dude? 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 Das war's. So, und jetzt du. So, und jetzt du. So, hier werden meine Seelen. So, hier werden meine Seelen. Irgendwo in der Ecke einen Pfad, der nach unten führt. So, wo kommst du jetzt auf einer her? So, hier werden meine Seelen. 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 In einem Korridor direkt vor dem ersten Skelettball. Also irgendwo hier. Wenn ich mit dem Rücken zu dem Ding stehe, soll das Ding recht sein. Aber was ist für die mit dem Rücken zu dem Ball? Der bewegt sich ja. Das ist ja... Das ist nicht hilfreich. Hier, hier geht ein Pfad nach unten. Als ob ich hier vorhin nicht lang bin. Oh, hallo. Wie sehr froh. Hast du gesehen meinen Schumpen, Horace? Ich bin ein Schumpen. Ich bin ein Schumpen. Und ich bin ein Schumpen. Ja, ich sehe. Horace ist ein Valiant Knight. Er kann sich nach ihm anschauen, keine Frage. Er ist wahrscheinlich für mich für mich jetzt, mit zweit der Resolve. Wenn du ihn aufhören kannst, sagst du ihm, dass ich in den Katakons bleiben, und ich werde die Prism-Stone bringen, wie immer. Bitte sende ihn Wort, ich begleite, dass die Flames den Weg bringen. Wenn du ihn, und ich werde, bitte sende ihn mit mir. So, aber dann haben wir nämlich noch die hier. So, wir rushen jetzt einfach durch. Tschüss. Was ist das? 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 Moment... Moment... Ich weiß nicht, was ist das? 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 Das? Was ist das? Okay, man muss das? Was ist 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 das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? ist das? Was 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 ist das? Was? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Oh, momentan geht es ja auch noch ran. Okay, wir müssen uns entscheiden. Ja, netter Versuch. Aber nein. Ich wollte schon sagen, hier ging es auch durch. Das ist für anderen definitiv zu heiß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Moment, ist da noch ne... Kann ich hier da schon dran? Das war's. 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 Okay, nein. Okay, nein. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Okay, sie kann. Ich kann auch hier. Ich kann auch hier. warte. Warte. Das war's. Das war's. Genau. du kommst, du kommst. Ignoriert. Ignoriert. ist hier einfach. Okay. 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 So, okay. So, okay. So, okay. Das war's. Hallo. Hallo. Hallo? Okay. 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 sagen, die Demon Runes mag ich auch vom Thema her nicht so gerne. So, den Boss lassen wir noch. Was ich mich gerade frage, ist ob der Schild des Verlangens seinen Seelenboost auch dann gibt, ja, also der hier, wenn ich ihn nur auf dem Rücken trage. Moment, die Fackel brauchen wir nicht mehr. Ich kann es mit meinen jetzigen Attributen nicht effektiv verwenden, aber es ist okay. Moment, ich fettrolle jetzt, ne? Uff. Habe ich jetzt irgendeinen Gegner, mit dem ich das testen kann? Wir müssen das gleich unbedingt ausprobieren. Die da nie später? Ich hätte mal nichts gegen ein paar Schuppen. Okay, das ist ein Krabben. Mehr war hier nicht, außer der Höhle. Wuhh habe ich jetzt oder andere Höhle dich schiggerate. với Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, mehr gibt's hier aber nicht So, wir brauchen mal gerade irgendeine Stelle, wo Gegner sind Pass auf, hier sind ein paar Gegner, die sogar ein bisschen was wert sind 385 462, jetzt bringt also was Also investieren wir vielleicht ein bisschen in Tragekapazität Beziehungsweise vielleicht muss ich auch mal einen Speer ablegen Wir benutzen eh nur den einen Ja, jetzt bringt's nicht mehr so viel mit dem Mit dem, mit dem, mit der Lebenskraft Okay, das ist besser Den haben, nee, haben wir nicht Great Soul Arrow Wir kaufen den einfach mal auch, wenn wir ihn noch nicht benutzen können So, was wir mal kurz checken können Weil ich würde heute für heute ein Eri-Feel aufhören Aber wir können mal kurz nachschauen, ob Es noch Sachen gibt, die wir übersehen haben Jetzt installen Titanitschuppen Und Estus-Splitter und Undead Bone Shards Mordering Lake Old Kings Anti-Chamber Warte, ich glaube Das Lagerfeuer haben wir Nee Das heißt, da sollten wir uns vielleicht doch nochmal umgucken Fede Loverdeep haben wir Faron Keep haben wir Yo, also Estus-Splitter Okay, sonst essen wir nur eine Okay, wir sollten doch nochmal die Dämonenruinen Uns anschauen Und was Titanitschuppen angeht Faron Keep Smoldering Lake Haben wir Ja, und dann erst ein Eri-Feel Also so viel haben wir nicht verpasst Drei können wir noch kaufen Nach seiner zweiten Mission Ist zwar sündhaft teuer, aber werden wir machen müssen Okay Dann doch nochmal hier rein Ja, aber Bis zum nächsten Mal Vorsicht deploy bis zum nächsten Mal sorta at multiplier obra 해서 Ah, okay, wir können ihn backstabben. Das ist schon mal gut. Warum ging denn das vorhin nicht? Warum klingt das viel wie German-Let's-Play? Erwesen, es gibt das Ding auch tausend Seelen. Dafür, dass es so unfassbar reinhaut. Na komm. Dafür kippt ihr halt fast nicht selbst mit Ring und Schild. Jetzt kommt hier wieder der Scheißnebel. Ja, komm. Ja, komm. Ich werde garantiert nicht in den Nebel laufen. Bin eh schon fast vergiftet. Jetzt spammt er den Angriff einfach. Die Tarnierspieler kann man wenigstens noch verticken. Okay. 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 Wie viele von den Kugeln kann er spawnen? Als ob ihm da keine Grenzen gesetzt sind. Danke Dark Souls. Als ob ihm da keine Grenzen gesetzt sind. Okay, aber ich glaube der Knochensplitter ist ganz in der Nähe, wenn ich das richtig lese. So, den Raum da drüben sparen wir uns, weil der ist total unnötig. What? Wieso spiel? Okay. 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 Das war's für heute. So. Warte, der Gang da führte nirgendwo hin, ne? Da führte nur zu dem Lava-Becken, meine ich. Okay, ne, hier sind wir richtig. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier müsste ein Lagerfeuer sein. Jawohl, hatte ich doch richtig im Kopf. Old Kings Anti-Champer, genau das ist das, was gemeint war. Okay, hier im Raum muss irgendwo eine falsche Wand sein. Hier. Okay, das habe ich vorher nicht gesehen, aber es ist offensichtlich. Okay, nope, 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 nope. So, mehr benötige ich von hier auch nicht. Okay. Okay. So, kümmern wir uns noch um Wolnir. Moment, das ist falsch. Irgendwie ist die Sortierung komisch bei dem Neville. Okay. 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 Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da ich Horace getötet habe, sollte das okay sein. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich glaube, jetzt kann ich mich ihm nähern, ohne dass er getriggert wird. Oder auch nicht, oder auch nicht, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich weiß, dass der Boss als leicht gilt, aber wow. Er hat mich ja gar nicht getroffen. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr so gut, aber ich weiß, dass der Boss, die Ich auch nicht mehr so gut geht. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr so gut, ich weiß, dass ich mich nicht mehr so gut geht. So, gab es in Eryfield auch direkt schon ein Bonfire? Also ich weiß, wo ich aufhören möchte, wenn es direkt am Anfang eins gibt, bevor wir über die große Brücke gehen, dann mache ich, dann würde ich das trotzdem noch machen. Ja, hier ist einfach direkt nochmal ein Bonfire. So, was können wir jetzt alles craften? Ein heiliges Schwert, das bringt uns auch nichts, also Volnirs Seele können wir theoretisch und das hier können wir auch einlösen, Demon's Great Axe, Demon's Fist, ne, die Fäuste sind eigentlich schon irgendwie cool als Alternative für Undine. Oh, man. Oh, man. Ja, Oster war es halt Kacke bei mir im Moment. . . Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Nice, first strike. So, das rechte Auge, das war ... Hä? Nee, das war ... Was war denn das andere? Genau, das war ... Okay, Angriffe boosten wäre an sich auch nice, weil wir den Sperrno auch schon mehrmals hintereinander angreifen. Aber ich muss mal gerade schauen. Nee, ich meine das andere Auge, das rechte Auge. Nach drei Angriffen mit dem ... mit dem ... mit dem ... äh ... äh ... schwer ... Hm. Ich weiß nicht, ob das Worth ist. Aber wir gehen noch mal gerade zurück. Weil hier müsste noch was passieren auf der Brücke. Aber ich glaube, das passiert nur, wenn man noch mal drüber geht. Äh ... ... ... ... What? Reload the world, ja, also Ich dachte, beim Lagerfeuer warten reicht, aber anscheinend nicht Ist das Schnee oder leuchtet da was? Ne, das ist Schnee, oder? Das müsste hier sein Sagen Leute, das haben wir bekommen Okay, ich muss das Lagerfeuer erst aktivieren So, und da wo das Biest erschienen ist Also da hinten irgendwo Da, da ist es Oh, okay, das ist Okay, ich darf mich nicht heilen. Au. Kann ich ihn, kann ich ihn backstabben? Boom. Thank you for your kind assistance. Blessing of the moon upon your journey. Kriegen wir jetzt schon den Katzenring? Anscheinend nicht. Okay, das genügt aber dann auch für heute. Wir haben heute, finde ich, in kürzerer Zeit, finde ich, wesentlich mehr geschafft als beim ersten Stream. Ich kann aber leider noch nicht einschätzen, wie lange das dann noch dauern wird mit den, also wie viele Streams wir noch brauchen, bis wir mit allem durch sind. Und ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.